Moin Moin! Herzlich Willkommen zur neuen Folge der viralen Video Vernissage vom PopsiJob. Heute habe ich ein ganz kleines Bild, aber nicht minder fein mitgebracht, von Camilla Ramsrud aus Norwegen, aus Oslo, die sich als Künstlerin Crip nennt. Hey Crip, du siehst uns bestimmt. Kate Moss ist dargestellt in Schwarz-Weiß. Es ist ein Spray-Painting, 30 x 30 cm groß und hier sieht man wunderschön die Schablone in Schwarz und Weiß. Der Hintergrund ist halt farbig, ohne Schablone, Freestyle. Gefertigt 179 Euro und die Arbeit ist eure. Der Versand ist wie immer kostenfrei dabei. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bleibt gesund.